Wie guckt Ihr meine Freunde cùng zu An der Weitung Runde Minecraft über Sky Wars? Da schreibt schon jemand Ich Rasiere Euch, und wahrscheinlich hatte der die deutsche Sprache auch rasiert Scheint's zumindest irgendwie so Deutsche Sprache, Schwere Sprache wir wissen Bescheid Auf jeden Fall, ähm, ich habe schon wieder keine Hoffnung, das gibt's doch nicht Komm bitte die zweite Truhe, die, die gibt mir hoffentlich Glück. Alter, was ist hier los? Gut, ich hab diesmal immerhin Iron, um mir nochmal fest zu craften, aber... Alter, lol. So was hatte ich noch nie zweimal in deiner Tour rein, schon oft sogar. Fällt mir so auf, so ganz spontan. Ich nehm wieder Starter-Kit, Alter, da hab ich diese, diese Probleme nicht mehr, Alter. Ist echt so richtig nerviger Scheiß. Alter, der ist ja mega gut. Ah ja, Feuerresistanz, äh, Resistanz, Feuerresistenz-Trank, perfekt getrunken. So nice. So, motherfucking geil, so. Alter, what the fuck? Alter, ich mach mir selbst grad Angst. Ich geb's zu. So, motherfucking damn geil, Alter. Was? Alter, was ist los mit mir heute? Ich weiß es nicht. Schreibt's in die Kommentare. Ihr wisst es besser als ich. Ihr kennt mich so gut. Alles weg, weg. Was kann ich vielleicht... Ah, war kurz. Was hat das hier? Bebrennung 1. Lol, dann ist ja das besser. Ich nehm das trotzdem mal aus... Äh, äh, aus... Blalalalalalala. Ne, was? Was war das? Oh man, ich sollte mich aufs Game konzentrieren, nicht auf diese Scheiße. Aber was brauch ich noch? Äh, ich brauch einen Eisenhelm. Das lohnt sich zwar eigentlich gar nicht. Ne, das lohnt sich alles nicht. Dann geh ich rüber zum nächsten Gegner. Alter, was ist jetzt los mit mir? Ah, ja, ja, ja. Coco Jambo. Ah, ja, ja. Ach, stimmt. Was essen wollte ich ja noch. Naja, YOLO. YOLO. Ich bin mein eigener Paddler und hab die gecheckt. Wenn ihr versteht, was ich meine, Alter. Dann hab ich noch Feuerresistenz, noch lang genug. Ah, das lohnt sich nicht. Das ist mir zu blöd, damit hochzugehen. Wenn es schneller fließen würde. Wow. Ja, ich hab ihn noch gekillt. Ja, ha, ha, ha. Alter. GG. GG. Ja, du hast einfach gegenseitig gekillt. Geile Sache, Alter. Geile Sache. Ja, Leute. Ähm, ich würde sagen, noch ne Runde. Jo, Leute, willkommen bei der zweiten Runde. Wieder mit dem Brandstifter-Kit. Mein absolutes Lieblings-Kit-Favorite. Schlechthin. Ähm, whatever. Ich hab ja so viel Stuff grad. Alter, Alter, ist das geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab nur Schuhe und nen Helm. Nice. Aber das ist ne geile Map, die wir grad haben. Ich mag die, ähm... Ja, ich hätte gerne nur ne Hose. Danke. Danke bald. Für diese so volle Hose, Alter. So, egal. Ich hab ne Goldabfelder. Man kann auch einiges ziehen. Ich geh jetzt hier halt mal zum Gena rüber. Ähm... Was mach ich mit dem Kit eigentlich? Der scheint ne Hose zu haben, aber den würde ich höchstens runterbußen. Da unten ist jemand. Der würde mich nicht kommen sehen. Die alle würden mich nicht kommen sehen. Nein! Alter, wie behindert waren das? So unfair. Ich hatte nur ein Herz. Ich konnte den Goldapfel nicht mal essen. Hä? Fuckt der mich ab, Alter. Nächste Runde. Willkommen in der zweiten Runde auf meiner... Äh, in der dritten Runde auf meiner absoluten Lieblings... Warum? Es war nicht diese Map. 100% war es nicht diese Map. Warum wird immer diese Map gewählt, wenn es nicht mal diese Map war? Es war die Map High. 100%. Also, ich werde hier verarscht. Ich weiß es. Ich habe immerhin eine Enderperle und ich habe Schneebälle. Oh, Alter. Lol. Lol. Nice. Ich bin aber zu schlecht mit den Schneebällen. Äh, mit den Enderperlen. Zu retten zumindest. Das kann ich nicht. Das ist mein Kryptonit, Alter. Und ich habe sehr schlechte Rüstung eigentlich. Gut, ich bin nicht vermutlich der Einzige, dem es so geht. Und auf dieser Map geht es auch mehr darum, die Gegner runterzuboxen, als sonst was. Nein, ich habe ihn verfrieden mit meinen einzigen Bällen. Danke. Ich wollte ihn zwar eigentlich runterboxen, aber das ist sogar noch besser. Denn jetzt habe ich die Quip. Hehehehe. 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 Das ist doch mal was Tolles. So, zack, weg damit. Ich habe Eier. Nice, Alter. Das hat sich mal mega gelungen, gegen diesen Dude zu fighten. Und ich habe wieder Schneebälle. Alter, nice. Zack, weg damit. Dann, ähm, ja. Ach Gott, zäh. Ja, wie komme ich denn am besten hier an Ordnung? Ordnung. Das ist die Frage. Zack. Lava einmal. Das packe ich mal hier oben hin. Ist hier jemand? Ne. Stell mich mal hier rein. Da werde ich auf jeden Fall so schnell nicht runtergeboxt. Das kann ich mal wegwerfen. Ich weiß, Eis bringt eigentlich immer groß was. Da mache ich mir mal eine Hose. Aber ich brauche jetzt das Eis eh gerade nicht. So. Und dann. Kopeb. Könnte man noch brauchen. Essen. Essen tue ich hier hinten hin. Ähm. FNS. Ja. Ja, doch. Doch, schaut noch was aus. Ne, den Kompasspark hier rein. So. Ordnung wäre geregelt. Da oben haben wir einen sehr tollen Camper. Das finde ich ja mega geil. Alter, du bist so low. Wo ist... Worauf habe ich jetzt gerade echt keinen Bock? Solche Misses wie dich. Oh. Guck mal. Ich habe mich gesaved, du Hure. Pech. Ja, was Pech? Du zögerst das Spiel anbringen. Gewinnen wirst du eh nicht. So ein Spasti. Ah, stimmt. Und ich hätte eigentlich das Wasser nehmen sollen. Ja, der regelt es jetzt da. Der tut da unten. Das ist sehr schön. So. Tja. Ich sorge jetzt dafür, dass ich hier rüberkomme. Ohne runtergeboxt zu werden. Gucken, dass vor mir keiner ist. Ist es auch nicht. Oder zumindest niemand mit gerader Sicht zu mir. Okay. Ich bin nicht dumm, Leute. Ich bin ich nicht. Ich bin ich nicht, habe ich gerade eben gesagt, ne? Ja, geil. Grammatikalischer Fehl. So. Jetzt haben wir auch ein Wassereimer. Das ist auch sehr schön. Wir haben noch immer unseren Dingsdrank. Aber ich lasse die beiden da erstmal fighten. Das war ja das Geile, wer? Sorry, ich hab... Hä, was? Tschau. Lebewohl. Wollte eigentlich erstmal hier zubauen, weil ich genau wusste, dass der kommt. Der mit seinem wolfischen Chi-Chi oder was der gerade gelabert hat, kann auch abfahren. Und da haben wir noch jemanden. Nu Pikes, Chi-Chi. Ja. Nu Pikes vor allem. Alter, geil. Das ist auch gut. Ich komme zu dir hoch, du Spastion. Ohne Scheiß. Ich werde dich zerracken. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich den kriegen kann. Ich brauche viel mehr Blöcke. Ich glaube, ich habe viel, viel mehr Blöcke. Das ist kein Problem. Ich save mal den Weg. Das Ding ist, ich weiß genau, was der macht, wenn ich da hochgehe. Deswegen muss ich mich safen. Auf jeden Fall. Ich spiele recht safe gerade. Muss ich aber auch. Bei solchen Spastis wie dem... Ach, guck. Guck, ich lenke den mal ab. Ich lenke den mal ab. Damit ihr den hinten dran nicht bemerkt. Das wäre nice. Und der hintere Box ihn dann runter. Hoffe ich mal. Kurze Information. Das wäre einfach ziemlich dumm, wenn er Dings wäre. Sein Kit. Ähm. Wie heißt das? Keine Ahnung, wie das Kit heißt. Ah, shit, Alter. Hab ihn. Easy. Gut. War eigentlich auch nicht zu erwarten, dass der wirklich was drauf hatte. Gut. Ähm. Ja, der Noob wäre schon somit erledigt. Mal gucken, was mache ich wegen dem anderen Dude. Das wäre nämlich auch sehr schwer. Ja, komm. Wenn der jetzt Schöche trinkt oder sowas hat, dann ist das mein Aus. Das ist das Ding. Als obi. LOL. Was war das für ein Knockback? GG. Als ob. Das Knockback. Alter. Oh, die Map ist so nervig. Ich kann die immer noch nicht leiden. Ohne Scheiß. Da gibt es immer solche Spieler wie den anderen Dude, den ich ja gerackt habe. Aber, Alter, das Knockback, das der mir gegeben hat. Er hat krasser Scheiß. Der wird ein verzaubertes Diasch weggehabt haben. Mit Rückstoß oder so. LOL. Hätte ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich zugeben. Da hätte ich weiter so hoch bauen sollen, wie ich es erst gemacht habe. Egal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, hoffe ich, nächstes Mal wieder. Bis dann, bleibt sauber, haut rein. Bis dann, bleibt sauber, haut rein. Bis dann, bleibt diz. Bis dann, bleibt sauber, haut rein.